Tieren Und wir leiden, wir müssen oberst du. Lachen wir es lieber zu. Darum lassen wir es lieber zu, die Oka. Und ich hoffe, ihr habt jetzt die Augen auf. Hier ist wieder euer Alfred Bischof der Liedermacher aus Vorarlberg, aus Österreich. Ja, der Titel, den ich jetzt angespielt habe, heißt Dir, wo im Dunkler sind. Ein neuer Song von mir. Und diesen habe ich jetzt ins neue Programm aufgenommen. Darum geht es. Ja, die erste Strophe handelt zum Beispiel, man geht zum Supermarkt und da knieht ein Mann dahin und bettelt. Was macht man? Auch ich bin auch schon, habe einen Bogen über Dumm gemacht, damit ich ja nicht direkt bei dem vorbei muss, ihn anschauen muss. Hatte zwar schlechtes Gewissen, aber man versucht, das zu vermeiden. Und dann hört man auch wieder von vielen Kindern, wo auf der Straße leben, besonders in den Städten. Oder allein Menschen, wo obdachlos sind. Daneben baut man wieder auf den Bergen, hoch oben. Hotels, Mods, Teile, damit wir dort hinauf können zum Skifahren. Warum? Das bringt Profit, das andere nicht. Und dann gibt es auch noch die ganzen Banden, wo es gibt, wo das Ausnutzen. Die Bandenkriminalität ist auch drinnen. Ich weiß nicht, mir kommt bei der Strophe, wie viele Kinder leben auf der Straße. Ist dir das eigentlich bewusst? Da kommt man eigentlich auch immer wieder an den Film von der Christiane F., wie er Kinder vom Bahnhofszoo in den Seen sehen. Schlimme Film. Die hat ja auch als Kind, Jugendliche, um den Drogenkonsum zu finanzieren, ist sie zu den Männern ins Auto gestiegen. Eigentlich sind wir Männer, die Schweine, die sie ausnutzen. Man muss so viel tun. Aber dieses Lied sollte nur das Aufzeigen, darauf hinweisen, aber niemandem den Finger zeigen. Denn eines habe ich auch gelernt. Wenn man auf den Finger zeigt, da sind drei Finger, die auf sich selber zeigen. Also auch ich muss hier mit tun. Was tun, nicht nur sagen, macht es. Auch ich. Und ich finde, das müssen genau mir als Liedermacher, mir Musiker das machen, Sachen auch aufdecken, auch musikalisch. Natürlich Spaß machen, Gaude haben, aber auch das gehört dazu. Ja, jetzt habe ich wieder mal genug erzählt. Das ist also wieder ein Lied von mir. Die, die im Dunkeln sind, kommt es vielleicht vorbei beim Auftritt bei mir. Man kann mich auch buchen, auch zu Privatfeiern, Firma freien, Dämmerschotten, Frühschotten, egal was für ein Schotten. Wie gesagt, ich komme gern vorbei, wenn ich Termin frei habe. Und dort kann ich euch diese Lieder auch präsentieren. Natürlich nicht nur solche Lieder, denn wir wollen ja auch Gaudi und Spaß haben. Aber man muss auch auf diese Sachen auch zeigen. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über ein Gefällt mir. Teilt es mein Video, erzählt es von mir und schaut es auf Amazon vorbei. Da kann man meine Songs auch ganz günstig runterladen. Dadurch unterstützt ihr mich, damit ich weiter Songs aufnehmen kann. Und schaltet es wieder rein, wenn ich wieder online gehe. Bis bald. Euer Alfred der Liedermacher aus Fradlberg www.alfredbischof-liedermacher.at.de Findet ihr alle Infos über mich und Auftritte. Bis bald. Euer Alfred. Tschüss.